Er gewann zwei Meisterschaften mit dem BVB, Kuba macht Schluss. Krakau, Polen, ein polnischer Fußballstar macht Schluss. Jakub Kubablas-Czykowski ging im Alter von 37 Jahren in den Ruhestand. Das gab der Mittelfeldspieler am Donnerstagabend selbst in den sozialen Medien bekannt. Jeder Weg hat ein Ende. Vielen Dank für die großartige Unterstützung, die ich auf jedem Schritt des Weges erhalten habe. Es lohnt sich, für sie zu spielen und Opfer zu bringen, schrieb der zweimalige polnische Fußballer des Jahres. Und dann zur Erklärung, ich habe die schwere Entscheidung getroffen, meine Karriere zu beenden. Zuletzt wechselte der Routinier zu Wiesla Krakau in seine Heimatstadt. Der Vertreter von Extra Klasa sagte, der Verein plant, seine Legende auf angemessene Weise zu ehren. Dies wird am 5., wo ihm der Durchbruch im Profibereich gelang. Zulande war der unermüdliche Flügelspieler unter anderem für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg aktiv. August gegen Stahlresso passieren. 2007 wechselte Kuba für rund 3 Millionen Euro von Krakau zum BVB. Jürgen Klopp, 56, feierte der Rechtsfuß dann im schwarz-gelben Trikot zwei deutsche Meisterschaften und einen der FB-Pokalsieg. Vor allem in der Doppelsaison 2011-12 erzielte Blazczykowski zusammen mit seiner Nationalmannschaftskollegin Robert Lewandowski, 34, und Vukasz Piszczek, 38, sieben Tore und zwölf Assists in 40 Einsätzen. Insgesamt spielte der Cross-Country-Meister 253 Mal für die Borussia. Jakub Kuba-Blaszczykowski verkündet auf Instagram das Ende seiner Karriere Jakub Blaszczykowski. Hat die zweitmeisten Spiele für Polen, obwohl die BVB-Ekone eine enge Beziehung zu Piszczek pflegt? Mochte er den Premier-League-Stürmer Lewandowski, der für den FC Bayern spielte und jetzt für Barker punktet, nie wirklich. Es ist kein Geheimnis, dass wir nicht auf einer Wellenlänge sind. Wir kommunizieren nicht miteinander, jeder geht seine eigenen Wege, schrieb der Flügelspieler 2015 in seiner Biografie Kuba. Klipper erbte es als langjähriger Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, die der Mittelfeldspieler 2012 mit der Armbinde in der Hand zur Heim-Europameisterschaft führte. Darüber hinaus spielte nur Lewandowski, 142 Spiele, häufiger für Bialo Czwoni, White Devils Red Devils, als Blaszczykowski, 109 Spiele. Nach einer Laie zum AC Florenz wechselte der Langstreckenläufer 2016 für 5 Millionen Euro zu den Wölfen nach Niedersachsen, konnte dort aber nur selten an seine bisherigen Bestleistungen anknüpfen. In rund zweieinhalb Jahren und 45 Einsätzen erzielte er nur vier Tore, ein Tor, drei Assists, bevor er nach Krakau zurückkehrte.